ja und willkommen mein name ist dann die europäer und ich begrüße euch zurück zu let's play games in impact wir sind hier wieder in der land wie es ist ja ist die stadt überhaupt normalerweise heißt die städte nämlich genauso wie wieder kontinente und stadt hat sie auch hier am und starten leo heißt leo somero somero in der summa in der summa von tain fontaine wie haben wir nicht netland land habe ich sorgt gefühl muss dazu sein oder sehen wir noch netland irgendwann kann natürlich auch sein normalerweise sind die hauptstädte immer in den ersten gebieten die freigeschaltet worden sind egal jedenfalls jetzt mal einmal die story weiter gespielt und jetzt was macht denn eine kamera und ja jetzt sind wir hier weiter in der story und guck mal was hier so los ist wir machen weiter ist doch ich habe aber nicht so lust jetzt auf drei vier stunden aber ich versuche trotzdem so ein bisschen zu machen so eine stunde oder so kann ich ja mal kurz aufnehmen da mache ich einen schnitt oder irgendwie so hat wie ich mich kenne wird sowieso irgendwann mal wieder hier so ein punkt kommen wo es heißt wir müssen zwei tage warten auf den punkt war ich dann sozusagen und dann mache ich eine pause und dann tue ich den rest noch mal ein andermal aufnehmen weil drei vier stunden nur text und zuhören ist ein bisschen anstrengend aber guck mal was passiert passiert jetzt machen wir herausgefunden was capitano vorhanden haben wir getroffen getroffen ja sagt ihr was wir entdeckt haben was haben wir herausgefunden wir haben wir nichts herausgefunden ja wir haben herausgefunden hat er hat machen wir ja was sie nicht machen will wird alles kaputt mal um ein aufzubauen ich darf ja genau das machen wir müssen so schnell wie möglich handeln nehmen wir drei vier stunden lang reden und darüber reden wie wir uns vorbereiten aber dass so wenige kapitana wir sehen uns wenn ich für dich sie sind jetzt wo ich das sehe Okay, wush, wush, ja, ich wusste es. Wush, 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 wush. Wush, 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 wush. Wush, wush, wush. Ich denke, das muss ich gegen die Menge Fatui kämpfen. Ich denke, das ist ein Wettbewerb. ich werde auch mein bestes tool ok 484 5 zum brennen der zum brennen bestimmte regenbogen ich will mal hier mit den charakteren reden also die charaktere näher am rumlaufen ich will mit den regen ich will mal sehen ob wegen dem streit der englischen synchron sprecher wir haben eigentlich gar keine dialoge aber die charaktere verschwinden immer sofort ich habe gestern erstmal gespielt da kannst du wenn es event mit den ganzen charakteren aussprechen danach ganz schön sofort weg ist ja nicht aufhören warum schwierig das spiel auf die ganze zeit glaube aufregen als so funktioniert hat halt ne so dass ich bin noch nicht mal am surfen und das feuer ding geht runter so muss aufpassen dass ich nicht fand so hoch hier falle aber ich habe mich dahinter zehn minuten nachdem wir die quest gescheitert haben kämpfe was ist hier los hier ist einer gewesen war ich dir nicht gesehen okay ich weiß wir müssen gegen diese elektro typen kämpfen also muss ich erst mal wieder einen anderen charakter herausholen schon gut sein gegen die die nervigsten sind ja immer nur die blöden elektro wir sind dabei in der fixen alle anderen sind ja kein problem wenn er gegen die nichts hast dann kann es einfach nichts machen geht einfach nicht so gerade auf hier irgendwie so wenn ihr so dinger zum absorbieren sind zum bomben da kann man hier nämlich vor allem verledigen aber anscheinend nicht sofort sein denkt angedeckt weg mit einmal ist das geht auch nicht da ich will ja wenn ich auch nicht die tür mehr wie lange wir ihren angriff machen da ist einmal ausschließen ich krieg sie nicht dauer so nervte ich habe es ging vertreten zu kämpfen also nervig nein ich habe mir schaden wenn ich mal so pflanzen sein was ich von da aus nicht getroffen wird eigentlich eigentlich mein gott ha das ist nur weil ich kein feuerkater aber ja weil er macht noch nicht mal irgendwas ist voll easy das stirbt jetzt meintrig du musst doch nicht so viel aushalten noch nicht ein richtiger mentor war ja so ein kampf der mit zwei sekunden dauern sollte irgendwie 20 minuten oder ist das wäre was mir los spieler seit 13 minuten wir haben schon wir haben schon es wäre los sind hier wirklich menschen normalerweise müssen erst mal wieder eine stunde lang expedition und so kommen wir haben gegen patouille kämpfen dann mache ich mir aber ein anständiges team so jonas für die elektro tun dann bräuchte auf feuer und schiff wo sie mitnehmen Okay. ok genauso muss das sein zehn minuten dialog und dann direkt in die eck schneiden so muss er öfter gehen im kindchen statt immer erst eine stunde lang zu warten bis mal irgendwie was passiert vorstellen warum nicht öfter warum nicht öfter soweit genauso muss das sein genauso ist das spiel genauso macht das spaß ich war schon vor der stunde anfangen ja auch zu nehmen ich habe mir gedacht so muss ich schon wieder drei stunden sitzen im dialog anhören ohne abwechslung schon wieder keinen bock gehabt aber jetzt ist das cool ist jetzt ist interessant naja kann ich dann gar nicht hin warum sollte ich nicht da und gegen die heute kämpfen wasser oder eis sein schon wieder diesmal habe ich feuer jetzt nur weil ich kein feuer hat und er hat der kampf vorhin so lange dauert der körper dann kannst du kackt diese wind typen sind irgendwie irgendwie gar nichts drauf haben sie sind voll arme und gar nichts drauf irgendwie gar nichts aus habe ich so gefühl ganz hoch okay muss da gucken vielleicht war ja ja irgendwann kann man ja nicht wissen ich kann ja nie wieder hier rein wenn ich hatte erledige halle löchel normal da stehen ich habe jetzt ein heißer jetzt wenn ich unbesiegbar außer das feuer haben wir da und da das ist unsichbar Oh I'm not much doing nothing. I'm sure I'm staying. Okay. Hi Oh Da ist so ein gutes team eigentlich So Also sind wir ganz anspielbar charaktere Das ist interessant keine random mpcs wir haben gerade ein mpc gesehen hat war es Genauso muss das sein genauso muss ganz schön seine story erzählen Nicht fünf stunden lang Gerede bevor irgendwie mal passiert genauso muss das sein wenn wir vor lange ich doch nicht Wird das spiel auch mehr spaß machen Und kreis dabei habe ich letztens aufgenommen zehn minuten dialog dreck kampf Noch mal sehen die zehn minuten dialog noch mal kommt Sollte ich so schwierig Und ich bin ja schon der person die Wie schon wo ich finde schon sehr viel geduld hat Ich kann mir nicht vorstellen einige andere leute irgendwie so ein paar casual gamer Sich so dahin setzt und denken so ja das genau das war die farbe Ich kenne leute wir haben es schon damals über das intro von kinder mark zwei irgendwie Beschwert weil hat ein bisschen lang war Da war auch irgendwie bei 15 minuten oder irgendwie so hat ne Da habe ich auch irgendwie leute gehört sogar das war so langes intro Nein, ich wollte immer Ich wollte es noch mal Ich wollte auch gerne Is er so viel aus ich wünsche sie wirklich immer direkt auf das surfboard aufgehen nicht zu der wechsel manchmal möchte ich dann einfach nicht also ich soll aber machen muss ich da hinpacken dann ist sich noch bewegen sich gerade okay das machen in der mitte muss dann auch bewegen das ist auch noch eins ach so darum okay dann soll ich mich richten ich darf machen so also richtig was ich wieder richtig ist so war gerade okay muss das jetzt da ich auch da oben linke ja genauso ok muss das hier irgendwie was gesagt im sinnvollen ist es nicht so als würde glaube ich mitzunehmen ist doch glaube ich jetzt nicht so als würde ich jonas ist eine zündere glaube ich so weit aber oberer hat sich auch da haben wir sie ja nicht wenn ich ja völlig ja ich weiß dass er wollte das richtig ich hoffe ich muss jetzt nicht genau punktgenau damit anhalten also ein bisschen nervig das muss sieht doch richtig aus jetzt sagen wir nicht muss hat in der bestimmten richtung an ort reden wo ist denn da oben und unten sieht richtig aus wir haben im wenden irgendwas war nicht richtig so sieht richtig aus in der mitte sieht noch nicht richtig aus und welche war jetzt noch mal ganz in der mitte wir kommen jetzt darüber ja ich tue lieber jetzt zehn minuten verschwenden während des rätsels anstatt in die zehn minuten ja weiter dialoge zu hören wenn ich ganz ehrlich bin da war nicht der richtige jetzt sieht man richtig aus ist noch mal tut aber jetzt daher der ist auch so rum müssen wir ganz in der mitte ach so oder der ganze in der mitte ist der einzige der noch mal der ganze in der mitte ist der einzige dass ich nicht drehen mal nähen aber der wo ist denn da ganz außerhalb da habe ich doch schon als richtig oder aber nicht da muss voll punkt genau sein das ist doch richtig aber hier sind nicht da muss ein bisschen nach ok cool einweist als vorgebracht ja ok da muss ein bisschen nach unten irgendwie war ach hat sie doch schon mal richtig aus leute kommen schon ok dann gehe ich da unten an dem hals gucken ja man sagt mir irgendwie gar nicht geholfen ich habe dort nur gesehen da ein bisschen verschoben war jetzt ok der hakt da genau ein welcher war jetzt der links der ja ja keine ahnung ich sitze lieber hier zehn minuten an rätsel aber der hat sogar ein bisschen eingehakt dann statt jetzt jetzt 20.000 minuten ja die ganze dialoge danach anzuhören jetzt ganz ehrlich bin so so nice darum nichts man kann übrigens schon wieder nicht das ding ja voll hochleveln hier wo man ja seine pyro dinger ja spendieren muss du kannst du hast das maximum für diese version erreicht da habe ich noch so ungefähr 30 unter den geheimen quellen immer noch aber ja dann sind sie wir haben noch zeit wir müssen uns doch von der von der seite nähern und kapital nur beglocken ok kassina kapital norton golfen aber warum weil ein gentleman ist wenn ich für das frauen geschlagen werden das händen sich leute wahrscheinlich online aufgeregt kapitän ort ein drama ich habe mich überraschend ich habe mich überraschend Er klingt wie ein mpc das war die mpc stimme Herr Schauspieler, aus dem Sie können es nicht auf im Moment Es ist es nicht das Sie haben Sie müssen Sie 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 müssen Sie verstehen wissen Sie sind nicht Ich habe keine Ahnung, dass ich keine Ahnung habe. Fünf. Ooooo. Was ist das in der Bühne? Was ist das in der Bühne? Was ist das in der Bühne? Ah... Was ist das wirklich? Ich bin sehr froh... Oh, oder? Was ich heute essen? Ich habe keine Ahnung. Hast du noch das Gefühl? Wenn ich mich so fühlte, wenn ich mich so fühlte, dann habe ich mich nicht gelernt. Es ist wirklich... Ich wollte mich immer wieder ein Geist. Geist Geist? zwei verschiedene augen ich bin wie erster aus kreis ist er daumen blaues und lianes auge er hat am lausen lilas auge oder blauen erst hat er blaue augen dann hat lambda sich seinen körper eingenistet und er hatte rote augen und die haben sich mit einem seiner blauen augen ja vermischt und dann die lache die andere seite erst mal hatte ein linkes auge da fand ich schon mal gute wegen seine augen waren blau dann kam lambda mit seinen roten augen so wenn der rot und blau ja mich dann bekommst du ja lila da wurde seinen links auge lila so Wenn ich ein Freund bin, dann kann ich ein paar Sachen gehen. Ein Freund? Olohren ist nicht so nett. Oh, das ist ein優しい Kind. Ich glaube, dass ich mich nicht so verletzen kann. Ich kann es nicht sagen. Es ist sicher, dass es etwas bedeutet. Was ich für alle? Wenn ich dann gut bin, wird der Welt besser geworden sein. Was ich? Oral, was du wirst? Hast du es geschafft? Ich habe es geschafft. Das war's. Aber wenn man so ein bisschen wie eine Frau, dann kann man so ein Mensch sein, wie eine Frau, wie eine Frau? Hm. Es ist nicht möglich, oder? Du bist nicht einfach. Wenn du sie einen Schaumann verletzt, dann kann ich auch nicht sein. Entschuldigung. Frau ist ein Mensch. Okay, das ist ein Trage, das geht. Okay, nun hinzukommen. Dich für mich das gleich für die Zeit, dass man nicht mehr lebten kann, man mag nicht apprendre. Ich kann nicht sagen, dass du ... Entsame girls nicht auf die Zeit für dich, sondern da nicht zu dacht auf einen Moment. Ents端? Ich kann nicht um smoothen Tanya. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Das war's für mich. Oh, so ist es... Ich habe schon gesagt, dass ich den Kraft von der Erde aus dem Boden ausgelegt habe. Das Geräte ist ein Geräte, die die Schöne der Schöne stärken, die Schöne zu vermitteln, die Schöne zu vermitteln, die Schöne zu vermitteln. Das Geräte war das Geräte nicht so gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn du dich nicht mehr so schraubst, dann kannst du dich nicht mehr so schraubst. Das ist das, dass du dich nicht mehr so schraubst. Ich denke, du kannst du dich nicht mehr so schraubst. Ich denke, dass ich das Leben komplett verabschiedet habe. Ich denke, dass ich das Leben komplett verabschiedet habe. Ich denke, dass ich das Leben komplett verabschiedet habe. Wie kann ich das so machen? Ich habe mich für die Menschen gebetet, und ich habe den Namen von Yabami gegeben. um was zu sagen bei mond nicht okay also sind seligen engel weil man das echt nichts dazu zu sagen ist nicht auch ein engel oder es bist du eine fehl du hast auch einen heiligen schein sollst du sowas nicht wissen es gibt es gibt es gibt es gibt Ich bin sehr glücklich. Ich bin der Schwerpunkt der Schwerpunkt des Geist. Und der Sie, der Sie. Ich bin der Schwerpunkt der Erlösung. Untertitelung des ZDF, 2020 was das so was das in der da ich über das i coach konntag kimi wakanzin die kreisatte schmerz so nahe war ja da mir noch nie um du dich zu karetanata no rule mo kiertes mal daro für ich mich nicht hier auch nicht hier auch hier ja das ist noch mal so sorry nata zin was aber das ist ein technisches die person die naida vorher war die Ich bin so ein Pessimist. 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 Ich bin eine Seite aus den PHILOS, ich bin aber nicht so ein Pessimist. Aber ich bin so ein Pessimist. Ich bin so ein Pessimist. Ich bin so ein Pessimist. Ich bin ein Pessimistisch. Das war's für mich. Ja, das stimmt. Nata hat sich seine Macht mit Abyss vorbeigehen. Die Gehäusein ist ein Gehäusein für die nächste Generation. Das ist das, dass wir das alles haben. Und wir haben uns noch nicht gewünscht. Ja, das stimmt. Das ist nur noch ein paar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ein Mensch, der sich auf der Erde befindet. Es ist ein Mensch, der sich auf der Erde befindet. Wenn man sich die Welt zu retten will, wieso ich ich will gewinnen okay Okay. ich habe noch ein paar fragen den herrscher nach ich dann fragen wir sind nicht draußen okay meine schwester ich werde sowieso nichts auswählen die kräfte des himmels ich habe aber so dass sie ja gerade Ich glaube, es ist die Wahrheit, die mir am besten zu sein. Aber wenn ich mich mit dem Gelegenheit anrufe, dann habe ich mich für die Regeln gelegt. Und ich habe mich mit ihr gefühlt, und ich habe mich mit dem Land von Yagami. das ist nämlich nicht was nicht mal war für ihre galerie wir haben schon das schicksal ich war gerade gerät haben das ja so weit das hier weiß ich aber meinen antiken Namen du hast mir gar nichts beantwortet ja klar so hat man kann ich euch verfolgen ich bin es wäre ich nehme mich an ich kann ja nicht hochkrettern ich komme gar nicht an die mann aber jetzt kann man ja verfolgen ja und die bringen zu schätzen aber leute ich glaube nicht ne was ja hinter noch nichts ich kann gar nicht hin wird dann gehen wir wieder verlassen okay gar keine fragen beantwortet habe ich doch für gott ich sage jetzt hat rein na gut da kommen wir mal noch ein bisschen weiter noch habe ich bock da müssen wir noch eine person finden das ist eine gute idee das ist das ist das ist das ist das ist so schwer kriegt in unserem ziel haben sie war also will ich immer dem patrick zu vertrauen ich weiß nicht warum wir denen immer noch vertrauen war ein paar freunde da drin haben die uns war eine tage ja ab und c so Ich habe die drei Erfahrungen gemacht, und habe die Werkstatt gefunden, die von den Schlechern herausgefunden hat. Hmm, das ist gar nicht so gut. Als ich die Wissenschaftler und die Forschung studiert habe, habe ich nicht geholfen, aber... Das ist doch sehr wunderschön. Die drei waren die Schlechern aus dem Gesicht, die sich aus dem Gesicht verletzten. Aber, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, das war richtig. Ja, das ist ein Plan für die Gelegenheit. Ich habe eine Möglichkeit, die Zeit zu verwenden, die sich für die Gelegenheit zu nutzen. Ich habe mich sehr schwer, aber wenn ich hier nicht mehr, die sich nicht mehr anstrengen, dann kann ich das Plan wiederholfen. Aber ich habe mich nicht mehr daran gedacht, dass ich mich nicht mehr daran verletzei. Ich würde mich nicht mehr daran nutzen, aber... die leute glauben ja kann ja irgendwie die letzte welt ist nicht vorbei ich glaube ja irgendwann geht es mal nach celestia reich im himmel was man sehen kann dass er diese eine göttin immer ganz am anfang getroffen haben unser geschwister getrennt hat muss ja auch mal nochmal zukommen das ist Untertitelung des ZDF, 2020 Nachdem ich das Leben zu sterben, hat er mir gezeigt, dass ich das Geheimnis des Gottes Gottes. Das war es, Aizu. Ja, er ist der Weg. Ich habe, seit dem der Fall, was ich, was ich, was ich, was ich. Ich habe alles verletzt, aber wenn du mit Aizu kennengelernt hast, Und wenn du, wenn du dich mit Nata in Nata kämpfst, dann hast du dich auch gesehen. Ah, das ist für dich. Hm. Die Gesichter des Unternehmens... ... hat sich bereits als元in eine andere Sache gemacht. Aber wenn du dich nicht verletzt hast, ... wird dein Körper nicht verletzt. ich meine schwester das weg wegen meiner schwester wieso redet er einen auch mit da hin an Ich habe nur noch einen Haken, aber ich habe mich nicht mehr als die Haken. Ich kann es nicht sehen, aber ich habe mich nicht gesehen. Ich habe mich nicht gesehen, dass ich die Kraft des Lebens in den ersten Tagen hatte, dass ich mich nicht mehr als die Welt aufstehere. Ich habe mich nicht mehr als die Verlust. Ich habe mich nicht mehr gesagt, dass ich mich nicht mehr als die 500 Jahre lang, Ich glaube, dass ich es nicht so schwer für dich zu kämpfen hatte. Ich glaube, dass ich das Gefühl habe. Wenn ich das so mache, dann habe ich auch die Kraft. Das war so激烈. Ich glaube, dass du nicht so viel Kraft hast. Ich glaube, dass ich die beiden nicht so viel Kraft habe. Ich glaube, dass ich das letzte Mal war. Ich glaube, dass ich das nicht verletze, dass ich das nicht verletze. die ich jetzt ja was wirst du jetzt sagen ist eises erzählen haben wir auch schon mal ihren namen gehört irgendwann kamino kokolo was das konto war de kina immer von einer schweiz dann heute ok kino der abyss noch thaisack nie senden sultat welcher weiß wird wohl irgendeine kraft eingesetzt dem wurden bereits erwähnt dass irgendwas damit zu tun Ja. Aber das ist mein Beitrag. Geh über die Mehrheit zum Beispiel. Ich darfunächst noch darüber sprechen, aber... Produkt in der Entwicklung des Mehrheit, hie Phantom in der Fac 그랬st chew products wieder zu erheben. Der Routen kann die Gott im Cerchen des slots more separates. Man kann auch keine Stück Verwertung programmed sagen. Keine Musik ist nicht täglich stark von dem An действienden sellers so ... Ja, das ist ein schönes Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass es sehr hoch ist. Äh, ich weiß nicht, dass ich mich für die Arbeit. Ich werde das ganze Zeit machen. Die beiden sind schon so疲lt. Ich bin ruhig. Abyss hat sich auch die Veränderungen in Ordnung. Insofern kann man sich in Ordnung verbessern. Wenn man sich all die möglichen Möglichkeiten hat, dann kann man sich nicht mehr aufhören. was wollte ich nie irgendwas da jetzt muss ich mal überprüfen ich muss mal was überprüfen was ist hier wir haben noch texte ich habe gehört einige karakter wurden stumm geschaltet die wohnung stumm geschaltet weil weil die leute haben streiken sind anscheinend ich habe gehört irgendwie katschina oder so und kinder schon gar keine voiceline in englisch ist ein bisschen unangenehm dass die kann man das spreche aus hey ein bisschen spielen wir noch ich habe immer noch keine kwestie abgeschlossen was ich ja wir haben echt zeit auf zu warten ist der letzte held auftaucht jetzt wird aber mal stressen jetzt ein cast aus der müdigkeit zurück und nicht auszumachen habe ich hier drei verschiedene weil sie wahrscheinlich drei vier reingehen gibt okay so could steingang hier nein bachern um michael ich bin ich bin ich bin ich bin die muss man etwas vernünft eingebläut werden so nämlich ich weiß nicht ob das das ist ein tolles Ich habe nicht zu sagen, Frau, ich will nicht zu sagen. Das ist alles für mich. Ich will mich nicht so sagen, bis ich mich nicht auf dich fühle. Das ist sehr wichtig, das ich jetzt sagen. Ich muss wirklich aufhören. Ich muss wirklich aufhören, und ich habe auch aufhören. Aber... dass ich mich selbst als die Frage verletzt, und ich kann mich nicht bemerken. Ich will mich nicht mehr so sagen. Ich bin froh, das war ich heute. Das ist nicht so, ich bin mir das Gefühl, dass ich mich persönlich ist. Ich bin nur mit meinem Sinn, dass ich mich selbst herausfordern. Ich bin mir ein wenig passiert. Ich bin mir nur eine Frage, was passiert ist, was ich. Dass ich ehrlich gesagt habe, dass ich mich nicht bemerke. Aber ich weiß nicht, was ich was vielleicht noch nicht mehr dazu sagen. Und ich habe auch noch einen Geist von mir. Ich habe mir schon gesagt, dass ich es nicht genug ist, aber ich möchte es auch sagen. Danke, Frau. Wie ist es? Ich habe auch schon gesagt, ich habe auch schon gesagt. Ich habe auch schon gesagt. Ich habe auch schon gesagt, dass ich mich nicht interessiert habe. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Gelegenheit habe. Ich habe das Gefühl, dass ich die Karte habe. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Gelegenheit habe. Ich habe mich nicht wirklich gut darauf gehalten. Das ist natürlich nicht so. Ich habe mich nicht so gesehen, dass ich meine Gelegenheit habe. Ich habe mich nicht so gesehen. Und dann noch einmal etwas dazu. In diesem Fall, die mit den Reisen und den Angriffen der Anruf, hat man sich über die Nachdenken verletzt. Oh... dann kommt die pfe Anben? Hmm? Also, wer will Sie sich wünschen? Ich will, dass Sie die Gewalt bekommen. Also... Ich will, dass Sie mich nicht verabschiedet haben. Ich will, dass Sie die Verantwortung für Sie. Entschuldigt. Du kannst noch ein wenig Zeit geben. Du hast die Gewalt in der Veranstaltung. Wieso? wir haben die ganze zeit noch nicht zugehört ist sogar mit ein enkel ins gericht wir haben die ok wo kam diese riesige ding zu vermitteln glaub ich habe ich nicht gesehen was er noch irgendwo der truhe direkt vor meinen augen ihr tanzt warte ich soll schon wieder raus da ist ja mein zimmer oder so es hat doch gerade hier reingehen um mich auszuruhen doch da oben wenn warum sagst du mich da wieder raus wenn wir hier oben ich irgendwas wo wir uns aus in dieser nacht sie klingt da und so gelangweilt ja ja mi no koiが聞こえたのはここであってる どうやら本当に目覚めたね また眠りについてないといいんだけど 安心して 私はまだ ここにいるわ 弱り切った命にとって 睡眠も体力を消耗することだから 休憩を邪魔して悪いね さっきの場だと 相談しにくいことがあって 実はあの旅人に米を作ったりたいの ただ彼はなった人じゃないだから やがみの国には彼に関する記録がなくて 米作りも行き詰まって warum soll mir überhaupt ein namen gegeben werden マアビカは彼のこととても重要な人物だと思っているよね アナタタチがここに来たのは マアビカの命令だけではないでしょう アナタタチにあっても その旅人は特別な存在で ich meine irgendwie endlich mal pyro element weit haben wir ja immer noch nicht warum sogar der zock ich liebe den reisenden sagten sie weiter ich nehme sie ich liebe den reisenden ich bin über ist Okay. Ein Akt Schöpfung? Meinst du ein Akt der Schöpfung? Ein Akt der Schöpfung? Wenn man sich die Menschen mit dem Zuflern hat, dann wird es wieder zu schnauert werden. Es ist einfach nur ein Geheimnis. Es ist egal, wie ein Geheimnis für eine Fähne. Aber wenn ich mich zu einem Geheimen habe, ist es nicht so schlecht. als ob sie sterben wird ganz ehrlich gentschen stirbt niemand da bist du nicht eine von den sechs helden die wir brauchen die sechs helden ich vertraue ehrlich gesagt nicht so sehr weil sie irgendwie nicht viel das ist böse ich ehrlich gesagt zu trauen ja oder sie stirbt sowie pokalore spiel war charakter sterben nicht wo bis jetzt wurde ja noch nicht angekündigt näher weil sie wird bestimmt irgendwie angekündigt ich meine die wurstchen ankündigt aber sie ist noch nicht spiel war natürlich leute werden wir ja wiederbelebt oder problem gelöst ich glaube nicht eine sekunde hat sie tot bleibt so Ich glaube, dass es mir als Kind von Schuhen gibt, aber es ist eigentlich ein bisschen anders. Ich habe das nicht vergessen. Es gibt nicht die Zeit, die Zeit, die Zeit und die Zeit sind. Aber es ist eine Art von Schuhen. aber das kann man auch irgendwie anders muss ihr eigenes leben offen ihr leben als schon da kann man irgendwie anders irgendwie interpretieren eigentlich das viel zu vage sie wird nie im leben sterben jedenfalls nicht während der story ist viel zu vage ich glaube nicht eine sekunde als sie während der story stirbt maa bica様も知ってるんだよね とっくに知っているはず すべてを受け入れて 私は受け入れられない maa bica様ってすごく強いでしょ どんな壁だって塗り越えてきたし 絶対に諦めなかった そんなエンジン様が あっさり死を受け入れるわけがない 旅人とエンジン様はどことなく雰囲気が似てるの だから 賭けに出ようと思ってね 運命であれ死であれ 2人がいればきっと乗り越えられるはず えっ 望みは薄いけど それを見られるのを楽しみにしているわね 私に残された時間はもうほんのわすか 最後に人類が全てをかけて輝きを放つ瞬間に立ち会えるのは 本当に光栄なことだわ ヤガミ様 人類は君の貢献を忘れてない アビスの問題を解決した後 必ず助ける方法を見つけるから ありがとう そう言ってくれて嬉しいわ でも あなたたちには何もできないでしょ これもまた事実よ どれくらい長く生きられたら 満足と言えるのでしょう 10年 100年 1000年 それとも1万年 いつかヤガミの国は消え 人類はまた共にアビスに立ち向かうことになるでしょう そして最終的には その全てが消え去る だから 私にとってそれほど意味はない もしも明日が世界の終わりだとしても 人類は懸命に今日を生きる これがあんたとの違いだろうね そうね え? こういう時は本当に羨ましいわ そして 改めて自分の背負う使命の正しさを確認できる 私の想像者の目にくるいわなかったわ これを受け取りなさい 私からのプレゼントよ 私の意志の一部であり あの旅人がこの土地で経験することを記録できるわ でも 過去のことも 未来のことも 未来のことも あの旅人は 旅人でなくある 私の思考に 記録できる そして 私たちたちの夢であなたの霍をとってください あなたの歴史に永遠に名を 銀と自信に言ってくれてくれます so gelangweilig ok 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 kann ich kurz mal pause machen schau dich draußen um ja ich mach mal ja pause ich mich teleportieren ja ich mach mal kurz pause da habe ich überhaupt eines quest hier beint betrachten untergegen wir sagen habe ich überhaupt eine quest erledigt hier heute an euch belohnungen bekommen ja auch wie eine quest habe ich anscheinend erledigt gott aber dann mache ich hier kurz einen schnitt also für euch wird jetzt hier nicht viel passieren aber ich mache kurz den schnitt und setzt das hier in andermal fort also bis gleich